auch keine Lust mehr auf Kohle abbauen oder ist noch mehr Kohle? Ich verbrenne, das ist so warm hier das ist unglaublich man hier voll liebende Stimme Baby, Baby Ha, total nett Dann geht's dann hier runter Ich hab Kies weg und dann kommt noch mehr Kies 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 Oh ne, noch mehr Kies Denn mehr Kies ist mehr Kies ist mehr Kies ist mehr Kies Ich möchte Kies werden anstelle des Kalifen Was? Ja, ne, muss man nicht verstehen Dann gehen wir mal da lang Da unten ist... Hätten wir einen Wassereimer könnten wir da unten ganz viel Obsidi... Ich hab einen Wassereimer Dann könnten wir da unten ganz viel Obsidi... Obsidiation machen Obsidiation Oh mein Gott, da oben ist alles dunkel, da könnten überall Viecher auf den Kopf fallen Ja, ich mach doch schon Licht für dich Das war ein bisschen aber ehrlich, glaub ich, gerade hier drüben in dem Bereich Ist mir egal, ich hab trotzdem Angst und ich höre trotzdem Zombies stöhnen Ich höre sie auch überall, aber ich seh kein einziges Wir müssen doch unbedingt Obsidiation holen für den Meister Ich hab ne Dawa-Quelle getötet Oh, ups Absichtlich Ach, dann ist ja alles neu Das war mit Absicht Waaaah Du hast doch ne Spitzhacke, oder? Eine aus Eisen oder Diamant Ich hab ne Diamant-Spitzhacke, ja Wir brauchen ja auch Redstone Würden sie mir dann die Ehre erweisen, um kurz hier rüber zu kommen? Sekunde... Oh, da ist ja Diamanten Diamanten Hm, ja, da fühl ich mich sicher Siehst du dein Sau rüber? Du 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 Geh, brenn ins Wasser, Kind Renn ins Wasser Das ist alles geplant, Mann So, jetzt baue ich ab Moment, ich baue du 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 Ein Diamant! Ein Diamant! Kennst du doch bei Spongebob mit dieser Schatzkarte, kennst du diese Folge? Äh, ja Zwei Gold-Doblonen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ist das bitte für eine Lightshow? Ja, ich schau mal da um die Ecke Ja, meine ich ja, der Lava-Lightshow Ja, ich glaube ja gerade so rechts, oh mein Gott Sag ja voll die Lava-Lightshow Ich schau mal hier wertvollen Cleanstone auch für dich brauchen hier Ja, die Höhlen ganz unten Da, da kannst du unseren Cleanstone hinpacken Entschuldigung So, jetzt bitte ich jetzt mal den Redstone hier Wir brauchen ja Redstone, brauchen wir ja ganz dringend Wo sind denn diese Viecher? Ich such mal das Zombie Spitzverklinik Die sind ganz laut, die sind glaube ich über uns Still du blöder Redstone-Block, ich mag dich nicht Mann, braucht der lange Vor Weihnachten noch bitte Ja, schön Da kann ich jetzt Ostern mit feiern Okay, dann geh ich jetzt mal Da schräg rüber Wo bist du denn schon wieder? Ich suche wo die Zombies sind Ich bin doch direkt neben dir Oh jo Lass uns mal zu dem Lavasee da drüben gehen In dem Obsidian Okay Ob... Blanch... Blanch... Nicht, dass mir etwas über den Kopf fällt und so, weißt du? Hier ist auch nochmal ein Lavasee im gegebenen Falle Ähm, mit meiner war hier Ja, ich komm gleich Oh ja Oh ja Gott, hier ist alles voll mit Erzen und Diamanten Äh, nicht Diamanten, aber Gold und Auseinander Viel Eisen und Gold, ja Okay, ich komm mal wieder Eine erzreiche Platte Super, dann holen wir das jetzt mal wieder weg Tou dada dé kilo Dada défu Dada Du Dade dona Jetzt stell dir mal vor es kommt hier so eine riesige, äh, steinerne Kugel die uns verfolgt Ein riesiges Viereck, was rollt Genau, ein riesiges rollendes Viereck will uns töten Dann geh ich immer zu der Lava hier Und du passt auf das da von oben, oder von der Seite, oder von nichts, irgendwo Ja eben hier oben ist nichts drin, Gröfe Niche Hey, ich weiß, wo die Zombies sind. Aua. Okay, ich hab Angst. Ähm, du bist hier die bewaffnete Person. Mein Wasser ist weggespawned. Ich kann kein Wasser setzen, ist einfach verschwunden. Ähm. Jetzt hab ich's wieder. Würdest du mal kurz hinter dir hochkommen und das Zombie töten, was mich gerade hier belästigt? Oh, okay, Moment. Stilp, 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 Mofa. Danke. Ich wollte ja eigentlich einen Bogen machen, aber ich fahre ihn lieber zu. Ich kann kein Wasser setzen. Da oben ist aber noch ein zweites Zombie. Ich versuch's jetzt einzusperren, bevor es rausklettert. Ja, mit Eisenerz baue ich's ein. Oh Gott, ey. Ich sollte das nicht in meinem Inventar haben. Achso, das bist du. Achtung, rechts, rechts. Ah, Creeper. Ich hab ihn zerstört. So, da ist Lava gewesen, ist abgebrannt. Aua. Oh, okay, ich hab auch ein halbes Herz. Oh nein, ich seh noch mehr da auf. Nein, es ist nicht nachts. Noch mehr Viecher, da sind noch mehr Viecher. Ich seh so viele Viecher. Aaaaaah. Ha, 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 ha. Hm. Ich hab zum Glück noch ein Brot. Stiff doch mal, du Arsch. Ah, Creeper. Ah, ha, 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 ha. Moin. Aus den Augen, aus dem Sinn. Guck mal, da oben geht's auch noch hoch. Uh. Oh, da ist noch ein Zombie, hallo. Kommt in Lava gelaufen. Hier oben ist aber nichts. Aber den Zombie hatte ich im Visier. Guck mal, hier, da ist ein Zombie da drin. Hey, der Zombie hier oben ist tot. Ja, den hab ich getötet. Den hast du vernichtet. Ich kann kein Wasser setzen. Was? Alter, wo geht's hier bitte überall hin? Du kannst kein Wasser setzen? Ja, das erscheint irgendwie nicht. Lass uns mal zu der Lava zurückgehen. Ich kann der ja den Wassereimer geben. Dann kannst du das setzen. Vielleicht klappt das bei dir. Wahrscheinlich klappt's für mich. Oh, nya, 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 nya. Ähm, hier, guck mal, da ist der Wassereimer. Wassereimer. Activated. Ähm, hier einfach so obendrauf, oder? Ja, genau, jah, jah, jah. Cool, das hat bei mir nie funktioniert. Komisch. Und dann setzt du jetzt den noch in die Ecke, damit wenn ich das dann abbaue, unten drunter ist ja dann sowieso noch Lava, dass das gleich wieder gelöscht wird. So. Genau. Äh, das hat sich auch super ausgebreitet. Vielleicht ein bisschen mehr ausbreiten. Nein, ein bisschen mehr ausbreiten. So, vielleicht da. Nein, nicht wirklich. Tust du's da vorne? Ja, perfekt. Das reicht schon so. Ich suche noch mehr Wasser. Ich habe ja noch irgendwo eine Wasserquelle gerade gesehen. Mach das. Nee, ich hau so lange auf Obsidian, weil es ja auch so spannend ist. Ja. Pam 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 pam. Genau so spannend wie beim letzten Mal ist es. Ja, vor allen Dingen, weil wir so viel davon brauchen. Durchzahlt! Nein, ich war doch gerade schon da. Ich habe ihn abbauen. Hier, den fast abgebaut gab. Durchzahlt. Alles okay? Ja, ich werde nur weggespült. Aber das bin ich ja gewöhnt, dass man mich abtreibt. Ich meinte, ja. Okay, das war ein bisschen. Bisschen. Das sind meine 15 Leben davor jedes Mal passiert. Nein. Jetzt den da noch.